So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Video. Heute mal Call of Duty. So, was nehmen wir da? Ich habe mir da heute einen Klass zusammengestellt. Ich spiele das Ganze noch nicht lange. Aber ich habe gemerkt, das ist einfach wieder einmal geil. Es tut einfach wieder einmal richtig gut. Ein wenig Action, ein wenig Ballern. Und darum schauen wir mal. Free to all, free for all. Oh, shit man. Das ist glaube ich Shipment, oder? Ich habe es gar nicht gelesen, wo ich... Lass, 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 lass! Nein! Oh, die Karte ist zu viel. Shit, man. Oh, fuck. So, hallo. Shit. Ich mit zwei Primärwaffen. Geil. Zwei Primärwaffen unterwegs. Oh. Das ist geil. Ich habe vor den Fressen gespawnt, Mann. Holy fuck. 7-4. So, jetzt kämpfe ich auch mal hier rein, Mann. Ah. Drecksack. Oh, noch eine. Oh, oh. Oh, brav. Komm, spawnt noch einer. Ah, spawnt wirklich noch einer. So schön. Oh, shit. Ich werde mich hassen. Oh, shit. Die Hurenkarte ist einfach so geil, Mann. Ah, ja. Durch die Mitte durch. Keine Chance. So. Oh, oh, oh. Sollte da nicht die Waffen wechseln, wenn einer vorne steht, oder? Ah, Gott. Oh, 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 oh. So. Eiii. Geht's langsam. Irgendwann fährt so einer verschissenden Romot oooomenon. Haha. Nein, 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 nein. Ui. Ich kann nicht mehr noch nicht. NEEI! NEEI! Ich komme gleich weg! Shit! Egal! Komm Brudi! Und? Irgendeiner? 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 Fuck it man! Und? Sehr schön! Ah, da ist es! So, ich habe einfach gewusst, ich habe nicht gehört. Oh, keine Munition. Sehr schön! Der ganz fuhrer Scheiss hier startet. Los, los, los! Geil! Fuck! Richtig dumm! Richtig dumm! Äh! Die Drohne zündet und dann direkt ins Gesicht! So schön! Ah, richtig geil. Huuu, shit. Läuft richtig gut, man. Oh fuck, wir sind gar nicht mehr erst, wir sind 17. Scheisse, man. Los, 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 los. Hinter uns wäre einer, hinter uns. Und? Ah, geil mit den Granaten. Das Zeug macht einfach immer wieder Spaß. Sehr schön, Double Kill. Yeah. Oh, komm. Jetzt kommt der Panzer, man. Das ist so eine grusige Reibe. Die Kasse wäre eine Scheisse. Damnisier. Oh, schiesst's. Oh, ja, das ist jetzt wieder richtig geil gewesen. Fuck, Panzerei. Feigliches, persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemanden. Ah, gut. Sehr schön. Bitch. Haha. So, sind wir erst. Perfekt, man. Perfekt. Komm, 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 komm. Nice. Warte, ich fressen. Nein, ich habe ihn noch mitgenommen. Oh, fuck. So, Mann. Dort, dort, dort. Was ist er? Komm. Oh, nein, 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 nein. Ah, shit, Mann. Haha. Oh, fuck. Und da hinten kämpft natürlich wieder einer, Mann. Den haben wir gerade mit. Und? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Scheisse, Mann. Rock'n'Roll, ey. Da kommt noch einer, da. Ah, ja. Jetzt ist es verwischt. Ich glaube es, da. Scheisse, Mann. Vorher links. Einner hinten rein, da. Komm, raus, komm, komm. Ah, geil. Ah, geil. Nein, meinst du, Colt? Haha. Sehr schön, sehr schön. Ah, shit. Call of Duty ist eben schon geil. Zwischentürren, Mann. Macht es eben schon Bock. Oh, meinst du, sogar Killcam? Wie geil. Wie geil. Ah, anders schlecht, dann eben geschossen. Oh, nice. Hahaha. Haha. Ah, geil. Ja, frei für alle macht Bock, Mann. Es macht einfach Bock. Chillig. Gut, das war es eigentlich schon von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Wenn ihr mehr so Videos wollt, schreibt es in die Kommentare oder hinterlegt ein Like. Und ja, bis dann. Ciao.